Pete Bredding Ich bin heute Ihr Gast bei der Pete Bredding Show. Hallo Pete Bredding, wie geht es dir? Danke Pete Bredding, mir geht es gut. Das freut mich Pete Bredding, du hast uns etwas Tolles mitgebracht, nicht wahr? Oh ja Pete Bredding, sieh dir das nun mal an. Was ist denn das schönes Pete? Nun, mit diesem einmaligen Püriergerät, das es nicht im Handel gibt, können Sie verehrte Zuschauer Großes erreichen. Es püriert nicht nur, es vernichtet. Sehen Sie sich die gebogenen Klingendinger an, wie schnell sie sich drehen. Es ist unfassbar, kaum zu glauben, transzendental. Rufen Sie jetzt an und bestellen sie. Die ersten 10 Anrufer bekommen gratis dazu eine Handvoll Sand. Wenn das nicht großartig ist, wir sind hier schließlich mitten in der Wüste. Wer will da nicht eine Handvoll Sand gewinnen? Ich gebe wieder an dich Pete. Danke Pete Bredding, großartig, ihr Produkt wird die Welt verändern. Ich bin stolz, sie heute hier zu haben. Ein großartiger Gast, danke Pete, einfach danke fürs Kommen. Und nun zum nächsten Gast, Pete Bredding. Hi, ich bin Pete Bredding und ich bin heute der Gast in der Pete Bredding Show. Pete, bist du gut hierher gekommen? Danke Pete, ja, der Verkehr war nicht schlimm. Super, wie geht's Frauen und Kindern, Pete Bredding? Ah, gut, dass du fragst. Sind sie es auch satt, für ihre Familie für Unterhalt zu sorgen? Das muss jetzt nicht mehr sein. Mit dem Pete Buster 9000 räumen sie in ihrem Haushalt richtig auf. Einfach die Patronen einfüllen, hier an diesem Häkchen ziehen, zielen und abdrücken. Der Pete Buster 9000 desintegriert jedes Familienmitglied auf einer Reichweite von 50 Metern. Zielgenau und sauber. Kein Blut, kaum Schreie. Darf es etwas mehr sein? Bestellen Sie hier und jetzt für einen geringen Aufpreis dazu den Pete Buster Raketenwerferaufsatz. Für extra große Geschosse, damit es richtig bumm macht. Rufen Sie augenblicklich an und Sie erhalten von mir ein gratis Sonnen-Kollektor-Set für die Bräunungsfans unter unseren Zuschauern. Pete? Danke Pete, ich bin wirklich froh, dass du uns heute deinen Pete Buster vorgestellt hast. Gerne, ich kam auf die Idee, als ich meinem Nachbarn beim Rasenmähen zusah. Und da dachte ich mir, was nützt das mir? Haha, super, Pete Bredding. Da wir nur begrenzt Zeit haben, kommen wir schnell weiter zum nächsten Gast. Wir begrüßen herzlich Pete Bredding. Danke, danke. Hi, ich bin Pete Bredding, Ihr Gast bei Pete Bredding in der Pete Bredding Show. Pete Bredding, dass wir dich heute hier in der Pete Bredding Show begrüßen durften, ist schlichtweg umwerfend Pete Bredding. Danke Pete Bredding, ein Lob von Pete Bredding bedeutet Pete Bredding sehr viel. Was hat Pete Bredding uns denn heute Schönes mitgebracht, Pete Bredding? Einen waschechten Everycaster. Nur echt mit Peilsender und Ortungsfunktion. Haben Sie es satt, ewig durch die Wüste zu irren auf der Suche nach der wunderschönen Oase, die doch ganz sicher gleich hinter der nächsten Düne war? Das muss jetzt nicht mehr sein. Mit dem Everycaster fangen Sie jede Frequenz auf, vergraben Sie ein Ortungssignal und finden Sie alles wieder, was Sie je verloren haben. Es ist ganz einfach unerlässlich. Ohne den Everycaster werden Sie sterben. Also rufen Sie jetzt an. Alle coolen Leute haben schon einen. Gratis dazu bekommen Sie einen wasserdichten Regenmantel von Bredding Entertainment LCs. Keine Lust mehr im Dauerregen zu stehen? Mit diesem Mantel ist das ab heute kein Problem mehr. Wow, das ist einfach super, Pete Bredding. Wie kommst du nur immer auf derart großartige Produkte? Unsere Produkte sind stets... Sekunde. Wer ist das? Hä? Huch, wer? Ah, heu heu alle zusammen. Ich bin Captain Quint und ich bin hier und heute bei Pete Breddings Stargast. Ohne Ankündigung. Danke, dass ich kommen durfte, Pete. Sie, ähm, äh, guten Tag. Willkommen bei Pete Bredding. Sie sind also unser Stargast. Was haben Sie uns denn... Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Blaue Tulpen. Geschrieben von Devin Wolters. Ein postapokalyptisches Horror-Drama-Ding. Das gibt es seit Ende Mai im Handel. Klicken Sie einfach hier auf den Hyperlink und bestellen Sie sich ein Exemplar. Und am besten auch noch eins für jeden, den Sie kennen. Halten Sie Ihr Maul und geben uns Ihr Geld. Wow, blaue Tulpen!